Wie findet man eigentlich nachhaltige ETFs? Ihr könnt ETFs nach dem Kürzel SRI filtern. Das steht für Socially Responsible Investing. Also für sozial verantwortliches Investieren. Die Unternehmen in diesen ETFs sind alle auf ökologische, soziale und ethische Kriterien geprüft. Einige Branchen wie fossile Energie oder die Tabakbranchen sind bei diesen ETFs ganz ausgeschlossen. Also, filtere nach SRI und du findest nachhaltige ETFs.